Guten Tag, Willkommen hier im Frauenknast des Gitter des Todes, in dem wir uns hinter verstecken, der Fly, der Racer und ich. Wir sind zwar keine Frauen, doch ich eigentlich schon und... Du bist die Einzige. Ja, wir sind hier in irgendeinem Labyrinth und suchen uns derweil zu Tode nach irgendwas, wahrscheinlich nach dem Levelende. Ja. Ja, ich hab Kugeln gesehen, Freunde. Ich hab so im Gefühl, dass jetzt gleich innerhalb der nächsten 30 Sekunden das Levelende kommt. Ja, das glaub ich auch irgendwie. Du gehst wieder zu von mir. Hä? Ich glaub's nicht. Hä? Ey, du hättest mir auch immerhin daher, komischerweise. Ja, ich denke nur, du bist der Andere. Ja, da gab's auch einen Film, da hab ich mitgespielt. So. Der hieß der Andere. Ähm, wo geht's jetzt eigentlich weiter? Hier waren wir doch schon. Es geht, äh... Wir sind ja hier durchgegangen, hier. Achso, da sind wir ja ins Loch gefallen, stimmt. So. Und jetzt, äh, Falle? Hä? Wo seid ihr denn? Schon wieder? Na, Freunde, wo seid ihr? Da, wo du nicht bist... Ja, ist mir klar. Wo ist das denn? Da, wo wir ins Arschloch gefallen sind. Ja, wir kommen nicht mehr zurück, die Tür geht leider nicht auf. Tja. Da, wo wir das Ankh eingesetzt haben, der Scarabeos-Tür. Ja, äh, ich bin jetzt hier irgendwo anders. Ja. Äh, du... Äh, du warst doch grad hinter uns, ey. Ach, wir treffen uns gleich schon. Irgendwo. Wie du meinst. Woher ist er, noch 40 Meter zu uns? Noch 35 Meter? Warte, ich gucke einfach... Ach, da seid ihr. Okay. Ist doch nicht so schwer. Ach, da. Jetzt falle ich wieder runter. Ja. Da bin ich zwar bekannt für, aber ich passe auf. Okay. Oh, oh, das sieht ja nett aus. Warte, erst mal die schöne Musik genießen. Oh, oh, was ist das? Das ist ein Grab. Was kommt da raus? Ein Toter, vermutlich. Aber, aber gib... Hä? Oh, nee, ran der Rakete. Entschuldigung, warst falsch. Ägyptisch Rakete. Aber geht, geht da hinten, hinter dieser Rakete ist so ein Gang. Geht da bitte nicht rein. Das ist keine Rakete, das ist ein Turm. Geht bitte da nicht rein, da ist nämlich das Levelende. Ich will erst mal gucken, was hier links und rechts ist. Jo, jo. Kommen bestimmt noch ein paar Monsterwellen oder so. Ach, bei der epischen Zähne doch nicht. Hier ist nämlich ganz viel Munition, da spawnt jetzt bestimmt noch was. Hm? Ist doch eine Rakete. Was? Guck doch mal. Nee. Das ist ein Turm. Hinten ist ein Turm. Das ist eine Statue. Oder so. Geil. Höhlt sich selbst gespalten. Ja, das sag ich ja, mein ich ja. Ey, was ist das für ein Energieturm, hör? Ja, ich sag die Rakete oder sowas. Ich dachte, wir sind in Ägypten hier. Ist ja auch immer ein Wortkern, ey. Ja, wir sind hier virtuell in Ägypten. Ja. Ja, genau. Das ist alles einfach nur eine Situation hier. Auf die Sträuchung. Hm. Das ist ja doch alles nicht echt. Halt mal dein Turm. Halt mal dein Turm, du dummes Vieh. Das ist die World Racer. Ich wusste, dass sowas kommt. Ich hab das grad irgendwie gedacht. Ja, ich wollte es selber sagen, aber ich dachte mir, ah komm, den Spaß heißt es nicht mal. Das ist, äh, ein Leuchtstift. Ein Leuchtstift. Ne, das ist ne Kanone, was ich hier hab. Ne, dieses Riesending. Ich weiß es nicht. Ich hab ne Kanone woanders, aber das ist jetzt was anderes. Ja. Oh Gott. Eher ein Würmchen wahrscheinlich. Ich hab irgendwas gefunden. Ne Schriftrolle oder sowas. Ja, ne, warte mal. Ja, ne, warte mal. Warte mal vor, den du nimmst. Ich weiß nicht, ob das ist. Ich hab die schon längst. Das ist ne Tora. Dann kannst du da bestimmt jetzt den, äh, Riesen, ähm, ja, jetzt hab ich's auch. Analysiere. So, warte mal. Hab's auch. Da gibt's ja auch was zu Dingsen dazu, ne? Ich Dingse erst mal die Munition hier. Hinweis. Früher nannte man das Lesen. Äh, du hast weder die Zeit noch einen Grundsied zu suchen. Geh besser direkt zur großen Pyramide. Den davor, den Rest hab ich nicht gelesen. Der ist so unwichtig. Vielleicht hätte man diese gespaltene Rakete ja starten können. Wow, Leute, ich glaub, wir können jetzt ein Endboss, wenn wir so ausgerüstet werden. Wenn's hier so viel gibt, ja, ist ein Endboss garantiert. Hallo, wo seid ihr? Wir sind hier im Munitionslager. Ja, toll. Wo ist die Scheiße? Nicht weitergeraisen. Warte, bleib hier bitte. Ich sammle erstmal alles ein. Ach, die machen wir erstmal voll. Hinter der Schriftrolle. Ja, ja, nee, ich bin noch ein bisschen weitergegangen. Alter, das ist der reinste Selbstbedienungsladen. Ich glaub, wenn wir jetzt rauskommen, geht die Action los, ey. Ach was, blöderweise bin ich voll. Schon wieder? Hinter geht's weiter, hinter geht's weiter, dann. Hast du ein Alkoholproblem immer noch nicht im Griff, ne? Nope. Nee, hier ist der Leuchtstift, so. Genau, und da geht's dann weiter. Okay. Ich hab so das Gefühl, wir müssen gleich die Kanonepugeln ausrüsten. Also entweder kommt da ein Endboss oder tierisch viele Gegner. Oder beides. Oder beides, genau. Hä, ich hatte die komplette Munition fast voll, was ist denn? Sollen wir weiter? Ja, los geht's. Ich trau mich nicht. Auf geht's. Ich bleib mal hier oben. Auf in den Kampf. Noch so ein Leuchtstift. Ich geh mal nach rechts, mal gucken, was passiert. Ich geh mal nach links, aber ich bleib auch oben. Ja, ja, klar. Nee, ich geh dir. Da ist noch eine Schriftrolle. So, passt mal auf. Ich geb euch jetzt mal Unique Content auf eurem Kanal. Nee, das ist eine Facken. Was? Ach so, ich dachte grad. Was gibst du? Bis jetzt war es immer so, dass ich hinten stehen geblieben bin und euch in die Sachen ab reinlaufen lassen. Und dann kamen links und rechts immer tausend Feinde. Das sah sehr geil aus. Okay, das werden wir jetzt mal ändern, liebe Zuschauer. Jetzt geht der Flyber vor. Ja, springen Sie. Aber hier ist ja gar nichts. Ja, geh runter, komm. Geh. Ja, ich geh hier den regulären... Oh, traut er sich nicht. Hier, komm. So, jetzt bleib ich stehen. Ich bin ja mutig. Aber Moment vorher, den Raketenwerfer auswählen. Ja, geh mal weiter, bitte. Nein. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ganz bericht. Lauf noch, lauf, lauf. Das passiert überhaupt nicht. Ich lauf. Ich lauf doch schon, so wie ich kann. Schnell. Scheiße, verdammt. Ich glaube, da passiert was, sobald wir uns dieser Tür hier nähern. Glaubst du? Ja, dann hab ich den Unique-Content auf meinem Kanal. Was für ein Ding? Unique-Content. Kenn ich nicht. Was ist denn das? Guck mal, da ist der Leuchtstift da hinten. Seht ihr den? Wo denn? Hinter dem anderen Leuchtstift. Hoppla. Hier ist eine Rüstung. Wenn ich jetzt die hole, geht es bestimmt los. Ja, warte, warte, warte. Nee, wir können gar nichts mehr holen. Wir sind ja voll. Ich geh erst in der Ecke. Wir können hier absolut nichts machen gerade. Doch, hier muss irgendwas sein, was was auslöst. Wahrscheinlich irgendein Schalter oder so. So gut kennen wir das Spiel ja auch. Ich hab keinen Schalter. Hier ist was. Hier ist ein Ankh. So, Leute, ich nehm jetzt das Ankh. Warte. Das ist Ankel Benz. Ja, ich weiß, der war kotzschlecht. Ankel Bums, ne? Nicht. Jetzt läuft der rein. Er sagt, warte. Und dann läuft der Ding uns rein. Der Proteste Ankh. Ja, ich wollte das auch mal machen. Der Ratzon. Der Rat... Der Ratzon. Der Ratzer. Oh, hier ist ein Teleporter. Ich geh mal in den Teleporter. Tschö. Ab geht die Boss. Wuhu. Wie noch bei ihm. Was war das denn jetzt? Ist gut. Hä? Alter, die Waffen ziehen überhaupt nicht mehr, ey. Oh, das kann ich nicht mehr. Selbst diese elektrische Knarre ist kacke. Die ist voll geil. Ich bin immer noch für die Railgun. Die ist scheiße. Ist gut. Du hast keine Ahnung. Wir müssen irgendwie noch drei andere Sachen auslösen, ne? Ja. Ich stand da gerade. Ja. Du bist wieder tot, ey. Alter, dann geht das hier ab wieder. Jo. Es gibt nichts über den Raketenwerfer. Ach, scheiße auf den Raketenwerfer. Ja, leider ist das bei den Skletten nicht so hilfreich. Klar. Ja, wenn du direkt auf einen draufballerst. Ja, aber wenn die sich weh und ausweicht, bringt das ja nichts. Fumm. So, tot. Boah, ich bin tot. Wie immer. Ich bleib jetzt hier am Herz stehen. Na, wie immer volle Energie. So. Bis das Herz weg ist. Scheiße, jetzt ist das Herz weg. Scheiße. Wir müssen, wie gesagt, um diese größte Säule herum noch drei, äh, ja, Teleporter aktivieren. Ja, das war kein möglicher Teleporter. Das hat einfach nur was aktiviert, obwohl es wie ein Teleporter aussah. Ich weiß nur nicht, was wir jetzt hier noch machen sollen. Ich hol mir erstmal Rüstung, Freunde. Ich auch. Ja. Weil, ich hab ja diese eine, äh, das Ding hab ich ja aktiviert. Ja, wo war denn er denn genau ungefähr? Hier ist jetzt das Ak... Achso, hier ist jetzt das Akk platziert. So. Das heißt, wir müssen... Lass noch einer. Wir brauchen noch drei andere Gegenstände. Hier ist das eine Akk. Dann lass mal hier rumgucken. Vielleicht geht die Tür... Ja, lass mal gucken. Vielleicht geht die Tür jetzt auf, hier. Ist ja auch ein Skarabeos drauf. Alter, schon wieder so ein Skennett-Pieh. Ich find hier irgendwie überhaupt nix. Das ist voll doof. Der Pfeifen ist alles... Die Statuen, die halten ja noch einen Ank. Warte mal. Hä? Was für... Boah! Wer hat denn jetzt die schöne Statue kaputt gemacht? Ich, weil die einen Ank in der Hand haben. Ich dachte, die, die das nicht fallen oder so. Keine Ahnung. Wo war denn deine Statue? Ich seh überhaupt nichts. Die hat er jetzt schon kaputt gemacht. Achso. Du konntest die nicht mehr begutachten. Das kannst du dem Fly jetzt danken. Danke, Fly. Die hat man doch gesehen, als man hier reingekommen ist. Nö, ich nicht. Der hat da nicht hingeguckt. Ich hab'n Teleporter. Wo? Was? Ich kann da nix machen. Nee, das ist das Ank. Das ist ein Ank? Das ist kein Ank. Hier guck doch mal drauf. Da hab ich das hingesetzt. Achso, das ist ein Ank oder was? Ja, wir brauchen jetzt noch zwei andere. Ach, da, jetzt seh ich's erst. Alles klar, ja, 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 okay. Das ist für mich eine Pfeife. Hab' ja keine Ahnung, wie die sein sollen. Das ist ein Geschlechtsmerkmal. Was? Ja, stimmt, stimmt. Müssen wir jetzt zurückgehen oder was? Weil hier ist ja gar nix mehr. Das ist voll scheiße. Das ist ein Geschlechtsmerkmal. Genau. Vier Angst brauchen wir. Ja, vier Geschlechtsmerkmale. Hoppla. Wo sind die? Äh, wir kommen ja auch gar nicht mehr zurück, stell ich grad fest. Es sei denn, es macht jemand Räuberleiter. Mir kam es übrigens so vor, als hätte ich einen der Gegenstände dort hinten in der Mitte des rechten Flügels dieses Hofes gesehen. Ja. Soll ich nochmal vorlesen? Nein. Irgendwas mit rechter Ecke habe ich beschlossen. In der Mitte des rechten Flügels dieses Hofes. Ja, die haben wir doch schon. Das habe ich doch genommen. Das war das angeben. Ach so, einen der Gegenstände. Scheiße. Ich habe, ich habe angenommen, ja. Ich habe das genommen, ich bin da rüber gelaufen. Ach, halte doch die Klappe hier bei. Und dann hast du mich ausgeschimpft. So. Äh, hier ist ein, ähm, hier ist ein rotes, ne, das ist eine Fackel. Die ist erst später erschienen. Ich habe... Ich checkte das nicht mehr. Äh, wie geht's hier weiter, hä? Ich habe keinen Bock mehr auf das Spiel. Was? Was? Bisschen mehr Motivation hier an den Tag legen, bitte? Ey, sucht mal bitte an den Säulen nach dem Schalter. Irgendwie muss ja hier weitergehen. Ich verstehe es nicht. Ich suche doch hier schon die ganze Zeit. Mensch. Warte mal ruhig. Wieso sind wir in der Bibliothek? Das ist mysteriös hier. Wir suchen nach speziellen Gegenständen. Wir suchen. Wir suchen. Und dabei werden wir gleich fluchen, wenn das nichts wird. Fluchen. Alter, hier ist nichts. Alter. Alter, ich kriege gleich die Motten hier. Motten. Das gibt's doch nicht. Ist das ein Schalter? Nee. Schalter. Hallo. Ach, ich dachte, es wäre was zum Drücken. Scheiße. Mann. Mann. Ich hol mir gleich einen Teddy zum Drücken. Teddy. Ich habe keinen Bock mehr auf dieses Spiel. Ich hasse Let's Plays. Ich schieße jetzt den Leuchtstab ab. Vielleicht muss man das machen. Nein, bestimmt nicht. Ja, sorry. Mir fällt gerade ein bisschen. So weit kommt man doch eh nicht. Guck, die ist jetzt schon kaputt. Oh, scheiße. Die Klappe hat wirklich dagegen. Das hat ja nur lange gedauert. Tja. Call me maybe. Haben wir es falsch gemacht oder so? Ich habe keine Ahnung. Wir haben das Spiel kaputt gemacht. Ich glaube, es ist auch bald, ey. Alter. Ich weiß noch mal, was hier steht bei den Hinweisen. Nichts. Das mit dem Papyrus. Papyrus? Papyrus, ja. Bla, bla, bla. Die heiligen Höfe bestehen aus mehreren verbundenen Höfen. Die alten Ägypter verehrten dort ihre Götter. Es ist ein etwas seltsamer Ort. Die Archäologen sind sich einig, dass dort nichts ist, wie es scheint. Dass nichts dort ist, kann ich schon bestätigen. Du hast für die Zeit noch einen Grund, sie zu suchen. Geh besser direkt zur großen Pyramide. Ja, das habe ich gerade auch gelesen, aber ich verstehe das nicht. Ja, wo ist denn hier eine große Pyramide? Und warum stehen hier diese zwei Pfeiler so komisch nebeneinander? Die stehen hier überall nebeneinander, falls du nicht bemerkt hast. Die ziehen sich hier komplett durch. Oh, scheiße. Stimmt. Kacke. Ja, wir kommen auch regulär gar nicht zurück. Waison, Beifuß, Beifuß, Beifuß. So nicht, Fräulein. Stell dich mal bitte vor den Felsen da, vor diese Wand. Ja, mach mal bitte. Mann. Kann ja nicht sein hier. So. Wir kommen nicht zurück. Die Tür ist zu. Ey, nee, ey. Was ist das hier für ne Map? Müssen wir mit mir die Säulen springen? Nee, das ist ja viel zu weit weg. Nee, da kommt... Nee, da kann's verjessen. Du kommst höchstens auf die erste. Selbst das habe ich nicht geschafft. Blut, das heißt nix, aber... Also irgendwie... Ich weiss nicht, ne? Ich geh jetzt mal die Wände hier ab. Ja, mach das. Ja, gute Idee. Ich hab wohl keine Ahnung. Irgendwie... Was leuchtet da hinten noch? Aber gerade sowas finde ich ja interessant. Wenn man wirklich mal nicht weiter weiß. Und irgendwo muss es was geben. Ja, wenn man es dann gelöst hat, freut man sich umso mehr. Ja, ne? Wobei, ich finde die Suche schon richtig cool, sowas zu suchen. Ja. Obwohl wir laufen ja nur rum die ganze Zeit. Ja, trotzdem. Man sucht ja irgendwas und das, finde ich, hat irgendwas. Ja. Ist jetzt natürlich nur für die Zuschauer ein bisschen blöd, dass wir hier dumm rumrennen. Ja, gut. Und... Das gehört halt zum Spiel. Ja. Es passiert halt nix. Ja, das gehört halt zum Spiel, ne? Da gibt's keine Diskussion. Oder wir haben irgendwie nen Bug jetzt, ich weiß es ja nicht. Ja, das wäre natürlich jetzt kacke, wenn man sich gleich rausstellt, dass wir nen Bug haben. Hier liegt ein Ankh einfach so rum. Nee. Doch, hier liegt ein Ankh rum. Ah, nee. Oder denn? Ja, jetzt geht's auch weiter. Ja, perfekt. Ja, danke. Das lag da einfach so rum. Alter, jetzt bleib mal stehen, du schon. So die Schabschung. Ja, da müssen wir jetzt... Sonst haben wir die einfach nicht gefunden, mein Scheiß-Ankh. Jo. Also, dass das nächste Sport wahrscheinlich jetzt auch wieder irgendwann hin soll. Jep. Alter. Hört auch auf, wie anzuspringen. Ich... Die finde ich geil. Hoppla. Ja, wartet ihr schon auf mich, ne? Absolut. Hinterhalt. Oder Hinternhalt. Besser gesagt. Das machst du doch immer in deinem Milieu da hinten. Ja, da halte ich meinen Hintern fest, ja. So. Zwei übrig. Jetzt ist wieder ein Ankh gespawnt. Zwei haben wir jetzt noch, zwei müssen wir noch. Dann suchen wir uns wieder Ankh suchen. Noch zwei übrig, sagt der Dattelfly. Ich seh's. Ne, doch nicht. Ist eine Rüstung. Ja, ist auch eine Rüstung hier. Ja, hier sind ja eh noch Monster. Ja, mach tot. Ja, vielleicht kommen die erst. Ja, mach tot. Ich hab das Ankh. Ich hab das Ankh. Ja? Nö. Ja, ich hol's. Warte. Es liegt hier einfach rum in der Gegend. Ja, wir sind hier. Und zack. Ui. Ähm. Hallo. Kotzbrocken. Wow. Ah. Wo sind die Kotzbrocken? Da. Aufsiegt die Testkurs. Boah, es sind aber viele diesmal, ey. Ja. Ja. Also die Gegner werden mit jedem Ankh stärker. Oder härter. Ne, ja. Ja, Hauptsache, was zum Ballern. Stich, stich. Alter, nehmen wir diese Kugeln hier, ey. Boah, der ist tot. So. Ah, der ist nicht tot. So. So. Hier, hier kommt's hin. So, ich hab's platziert. Noch eins. Oh, cool. Wenn wir eins haben, kann jeder das platzieren. Ja. Also. Ja, es geht ja, es geht ja automatisch. Wieder ein neues suchen. Hauptsache, hier ist jede Menge Rüstung verstirbt. Ne, ne, das muss schon noch an der Sohle hingebracht werden. Ne, ich hab meins nicht da hingebracht. Warum steht denn dann noch eins übrig bei mir, wenn ich da hingehe? Weil hier ein Ankh steht. Guck mal, da. Ich hab ein Ankh. Ich hab das nächste. Ich hab, ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Alter, hier sind drei Wunser. Könnt ihr mal mit helfen, anstatt euch hier rumzuschreiten. Ach, du Scheiße. Man muss ja erst die Frage des Ankhs klären. Alter. Geil. Scheiße. Bin tot. Boah, jetzt geht's ja hier richtig ab, ey. Oh, nicht. Das ist doch Pille-Palle hier. Was ist das? Pille-Palle. Das ist doch die Pille-Palle hier. Alter, hör auf hier, Faxen zu machen. In der Luft wieder. Und ruhig bleiben. Ruhig, braun. Nicht in Panik geraten. Immer schön cool bleiben. Das haben wir in der Schule so gelernt, ne? Im Notfall. Also, das hier hab ich nicht in der Schule gelernt. Ne? Also, da hieß es immer, keine Panik und ruhig bleiben. Und einfach das Gebäude verlassen. Aber das geht hier nicht. Da warst du auf der falschen Schule, Schleih. Ab Baumschule, wahrscheinlich. Was? Waldorfschule. Waldorfschule. Ich mein eher, dass ich hier nicht in der Schule gelernt hab, wie man in Ägypten gegen irgendwelche Viecher kämpft. Nicht? Ja, da hast du nicht aufgepasst. Das stimmt allerdings. Ja. Also, ich hab das gelernt. Ja. Das war unser Geschichtsunterricht. Genau, wollte ich grad sagen. Das wurde in Geschichte gelehrt. Okay. War ein geiler Unterricht auf jeden Fall. Ich hab noch acht Leben. Krass. Deswegen hat man ja auch zugehört bei dem Thema. Ja, war echt interessant. So mit Pharao-Agypten und Monstern und sowas. Mhm, 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 mhm. Mit tut endlich Amun, dem alten Thunfisch. So, ich platziere und sag, fertig. So, liebe Freunde, ich geh weiter, die Tür geht auf. Sollen wir nicht vor ne Pause machen? Nein, wir machen, bevor wir hier reingehen, ne Pause. Wobei da wahrscheinlich der Level zu Ende ist. Ach, seh mal gleich. Also, machen wir jetzt ne Pause. Ja. Hier bei mir, wo ich stehe. Jo. Ja, ich muss grad mal Rüstung holen und so. So. Arrivederci. Bis denne. Bis später. Tschüss. 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 Tschüss.